Ich stehe hier mit Rüdiger Born und Dr. Jörg Rahn an der Elbe. Mal ein ganz anderes Ambiente und wir haben gerade die US-Arbeitsmarktdaten gesehen und da habe ich mir gedacht, lass uns doch mal ein Video machen an wunderschöner Elbe. Wie sind die Daten einzuordnen? Da haben wir natürlich jetzt einen Superspezialisten dabei, das ist der Jörg. Jörg, wie siehst du das? Wir haben gesehen, die Stellenzahlen waren ein Ticken besser, Stundenlöhne ein Ticken niedriger, aber die Arbeitslosenquote ist deutlich gestiegen. Was hat man davon zu halten? Also insgesamt das grobe Bild ist, dass die US-Wirtschaft immer noch erstaunlich gut läuft. Trotz der Zinsanstiege, trotz der positiven Realzinsen ist der Arbeitsmarkt noch intakt. Die Nuancen sind vielleicht ein bisschen bemerkenswert. Stundenlöhne sind ein bisschen weniger stark gestiegen, ein Tick, ein Zehntel als erwartet. Das ist aber immer noch zu hoch. Das wird auch noch eher die FED beschäftigen, dass die Zinssenkung für die nächste Zeit noch kein Thema sein dürften. Der Markt muss sich da noch gedulden und eventuell sogar noch ein Zinsanstieg ausstehen könnte. Also da ist noch was zu tun für die FED. Was positiv überrascht in gewisser Hinsicht oder ja, dass die Arbeitslosenquote stärker gestiegen ist als gedacht. Denn viele kommen jetzt endlich wieder zurück in den Arbeitsmarkt. Die hatten sich in der Corona-Phase abgemeldet davon und denen scheint jetzt so ein bisschen die Reserven ausgegangen zu sein. Die müssen jetzt wieder arbeiten gehen, vielleicht auch durch die gestiegenen Löhne animiert. Das ist sicherlich überraschend. Das bedeutet, es gibt noch wieder ein Reverservoir an Arbeitskräften, was für den Arbeitsmarkt insgesamt ganz gut ist und auch ein bisschen Entlastung bringt. Wir haben ja gesehen, dass die Märkte zunächst mal gestiegen sind, aber der Rüdiger, der hat ja eine Glaskugel, im Unterschied zu uns, Jörg, hat der eine Glaskugel und der hat mir gesagt, also ich bin nicht überzeugt von diesem Anstieg. Gerade der Dow Jones gefällt ihn nicht, der DAX gefällt ihm auch nicht so gut. S&P 500 und Nasdaq sehen besser aus. Hast du gesagt, Rüdiger, why is that the case? Warum sagst du mir das? Ja, also was ist da der Hintergrund? Ja, tatsächlich. Also der Dow Jones, der gefällt mir deshalb noch nicht so richtig gut, weil irgendwie die Abwärtsbewegungen zu stark sind, zu überschneidend sind in dem größeren Bild. Und jetzt haben wir interessanterweise, wenn ihr mal gucken wollt, im Stundenschart eine Situation, da ist der Kurs ziemlich schnell runtergekommen. Jetzt allerdings vor den Daten, ein bisschen nach oben, eigentlich so halbwegs dreiwellig. Könnte theoretisch korrektiv sein. Jetzt ist das Spannende, noch ist das kein Short-Signal, aber es ist eine Indikation, wenn der Kurs jetzt das Zwischentief dieser dreiwelligen Aufwärtsbewegung triggert, dann wird das von vielen Chart-Technikern als ein Verkaufssignal, also als ein Trigger für die Short-Seite gesehen. Also noch nicht zu früh zucken, das ist ja vielleicht nicht gut, denn die erste technische Bewegung, die war nach oben, jetzt nach den Daten. Aber wenn er da durchgeht, vielleicht mit den ISM-Daten heute Nachmittag noch, mal sehen, dann könnte das was triggern. Übergeordnet also, negativ und vielleicht im kürzeren Bild auch. Aber nicht zu früh zucken, das könnte noch gefährlich sein, also zumindest mal vorm Wochenende nicht schnell schießen. Okay, wir haben gesehen, der Euro ist natürlich jetzt erstmal auch gestiegen oder der Dollar leicht gefallen, aber so richtig knallen tut das nicht. Weder bei den US-Futures, jetzt was die Aktienseite betrifft, noch, dass wir sehen, dass jetzt der Dollar abverkauft wird. Gestern ja Dollarstärke, überraschenderweise. Vielleicht zusammenhängt mit dem Monatsende. Renditen kommen nicht so richtig runter. Also es ist jetzt nicht eine eindeutige Geschichte. Die Stellenzahl war ja auch höher. Also wir sehen, die Leute kommen wieder zurück. Das bedeutet, der Arbeitsmarkt wird ja dann perspektivisch auch wieder enger, wenn jetzt plötzlich mehr Leute, die vorher sich gesagt haben, ach, weißt du was, ich habe noch so starke Reserven, ich habe keine Lust zu arbeiten. Also das Problem, das scheint mir nicht vom Tisch zu sein. Ich denke, dass die Zinsen, wie Jörg das vorhin auch angedeutet hat, die werden lange hoch bleiben. Der Inflationsdruck wird lange hoch bleiben und wir kriegen ja jetzt dann, ich glaube, der 13. September ist das, die neuen Inflationsdaten, dann die frischen Daten. Gestern ja PCE, das war kalter Kaffee im Grunde aus dem Juli. Jetzt kriegen wir dann die frischen Daten. Wir haben einen Energiepreisanstieg, der deutlich ist. Da sind einige Faktoren, die eben dann auf der Oberseite überraschen könnten. Dazu kommt dann September als ohnehin zumindest sehr volatile Zeit. Jetzt haben wir auch, was die Märkte betrifft, eben nicht mehr diese negative Stimmung, nicht mehr diese Short-Absicherungen, die dann wiederum Market Maker gezwungen hatten, eben selber das Underlying zu verkaufen. Dadurch jetzt diesen Short-Squeeze haben wir gesehen, diesen Bounce aus einem überverkauften Zustand. Das könnte jetzt zu Ende sein. Wie siehst du die nächsten Wochen, Jörg? Du hast ja großes Geld bewegt und hast da, denke ich, einen ganz guten Einblick. Was machen die Dickfische jetzt? Also im Moment ist die USA noch der Place to be aus meiner Sicht. Europa sieht konjunkturell sehr, sehr schlecht aus. Also wirklich sehr schlecht. Das führt auch dazu, dass eben dieser Dollar überraschend stark ist. Das ist so ein bisschen eher die Schwäche Europas als die ganz große Stärke der USA. Das ist auch eher das Thema. Wir haben wirtschaftspolitisch auch große Vorteile in den USA, dass dort Subventionen getätigt werden. Hier in Europa fließt das Geld eher ab und die Unternehmen investieren auch da. Also insgesamt sehe ich die USA noch positiv. Aber, und da stimme ich mit dir überein. Negative Überraschungspotenzial bei den Inflationsraten, negatives Überraschungspotenzial von der FED. Hier in Europa eher Zinssenkung als in den USA auf absehbare Zeit. Und ja, deshalb eher Dollar, aber auch in den USA eher vorsichtig bleiben in der Hinsicht, dass irgendwann wird es doch wehtun. Im Moment noch nicht, aber irgendwann wird es doch noch wehtun. Die Dollarstärke wäre ja auch nicht so richtig gut für die Märkte. Läuft ja meistens entgegengesetzt. Jetzt muss man natürlich sehen, was die Renditen machen. Hast du da eine längere Perspektive? Wir haben vorhin, hast du gesprochen, Rüdiger, vom Stundenschaden. Ja, ja. Also für das längere Bild tatsächlich, so richtig toll sieht das nicht mehr aus, aufgrund dessen, dass der Markt nach unten eigentlich zu viel genommen hat, schon seit den letzten Hochs. Und das triggert eigentlich eher die Abwärtsseite. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, jetzt haben wir noch die Saisonalität. September, Oktober sind eh so ein bisschen gefährlich. Die Gründe dafür haben wir schon gehört, aber die Saisonalitäten, also wer saisonal unterwegs ist, der wird eh sagen, uiuiui, da bin ich mal vorsichtig in der Zeit. Das heißt, die Käufer fehlen dann am Ende auch im Markt. Charttechnisch wäre beim Dow, ich hatte das Bild mal irgendwann eingezeichnet, so 31.000, würde mich jetzt theoretisch nicht wundern, wenn er dann noch mal runterkommt, kann auch ein bisschen tiefer. Wäre dann quasi die nächste Pausenmöglichkeit oder Wendemöglichkeit, dass es danach möglicherweise noch mal eine Jahresendrallye gibt, aber eben erst danach. Also ich traue dem Braten noch nicht so sehr. Alle Bewegungen, die wir nach oben haben, werden sehr häufig konterkariert durch schnelle Abwärtsbewegungen. Das ist ja auch ein Zeichen, wenn die Marktteilnehmer zwar kaufen, aber bei jeder Gelegenheit sofort wieder die